Ach Leute, ich mache schon die dritte Aufnahme, bei der ersten Aufnahme habe ich vergessen mein Mikrofon einzuschalten, bei der zweiten Aufnahme habe ich vergessen aufzunehmen und das ist jetzt die dritte Aufnahme, also ja, das nur nebenbei gesagt. So, hallo zusammen, willkommen zurück zu einem neuen Video und zwar heute zeige ich euch, wie ihr solche coole Charaktere machen könnt. Die sind gut, wenn ihr jetzt, ja, YouTube-Videos macht oder auch einfach Instagram-Bilder. Aber wenn ihr zum Beispiel jetzt eine eigene Minifigur gebaut habt und die als Profilbild benutzt, könnt ihr diese auch sehr, sehr gut verwenden. Also, was ihr dafür jetzt braucht, zuerst mal einen Computer, sei es ein Laptop oder PC und zweitens sollte dieser Computer eine gute Leistung haben, denn dieses Programm wird ein bisschen, ja, Speicher brauchen und leider können nicht alle, vor allem Laptops, ja, dieses Programm, wie soll ich sagen, verarbeiten, oder? Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll, mir fällt gerade kein anderes Wort ein. Auf jeden Fall geht ihr hier jetzt auf euren Internetbrowser, ich habe hier jetzt einfach Google bei Firefox und gebt hier Mechabricks ein, so schreibt man es. Und dann geht ihr auch direkt auf die Webseite, ja, das dauert immer ein bisschen und so sieht bis jetzt das Ganze aus, also diese Webseite, hier seht ihr auch schon ein paar Modelle, die wurden von anderen Leuten kreiert und, ja, ansonsten zeige ich euch, was es hier so gibt. Also, zuerst mal den Shop, der allerwichtigste Teil, also für den Anfang. Hier sind jetzt fünf Dinge aufgelistet, wie ihr sehen könnt und eigentlich sollten es sechs sein. Und ihr müsst halt das Sechste herunterladen, das ist normalerweise auch, ja, gratis, also kostenlos, dafür müsst ihr nichts zahlen, also nicht das hier, nicht Blender Light, sondern etwas anderes, was ich schon heruntergeladen habe. Aber wenn ihr das nicht habt, dann müsst ihr auch nichts weiteres machen. Es kann auch sein, dass diese Webseite schon aktualisiert wurde. Aber auf jeden Fall müsst ihr euch noch einen Account machen, hier oben, ähm, sollte irgendwo Login stehen, aber ich bin hier schon eingeloggt. Also, das hier ist nicht mein echter Name, das ist nur mein Benutzername. Aber dann, wenn ihr das jetzt erledigt habt, könnt ihr jetzt, ähm, also Forum ist jetzt nicht so wichtig, aber, ich kann euch jetzt zeigen, was es hier so gibt. Zuerst mal Bauteile ist, glaube ich, auch nicht so. Ja, also, nur falls ihr irgendein Bauteiler, ähm, sucht, ob es das wirklich auf dieser Webseite gibt. Ja, aber das benutze ich wirklich nie. Ähm, ja, dann diese zwei, diese zwei Sachen sind die wichtigsten. Das war die Sammlung. Hier, seht ihr eine Menge Kreationen, und ihr könnt hier eingeben, was ihr wollt. Ähm, ich gebe mal Iron Man fürs Beispiel ein. Und, zack, habt ihr schon verschiedene Dinge. Ja, genau. Und, ähm, oh, das sieht sehr cool aus. Und hier könnt ihr auch sehr viele Kreationen einfach übernehmen, und die dann irgendwie, ähm, ja, ich sage mal animieren oder so. Aber, wir machen jetzt mal alles selbstständig, und, sag, gehen hier auf Werkstatt. So, hier sind wir jetzt in dieser Mini-Welt, und hier haben wir jetzt, äh, wie eine kleine Platte. Da können wir etwas bauen. Da haben wir verschiedene Steine. Aber, das ist nicht alles. Ähm, wenn ihr hier jetzt drauf drückt, habt ihr hier eine Menge andere Steine, also... Ah, das, ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Nein, ich, ich glaube eher nicht. Auf jeden Fall gibt es hier eine Menge Steine. Und, wenn ihr jetzt irgendetwas ausgesucht habt, ich sage mal, das hier, könnt ihr draufklicken. Und, schon habt ihr es. Äh, was ihr noch wissen müsst, äh, wenn ihr hier jetzt den, oder das Maus habt, also, dieses Mauspad gehört mir, ähm, also, keine Sorge, wenn es ein bisschen komisch aussieht. Auf jeden Fall, äh, wenn ihr das hier jetzt, ähm, ja, hier so macht, dann könnt ihr entweder rein oder rauszoomen. Dann, damit, wenn ihr das festhält, könnt ihr hier die, ja, wie soll ich sagen, ähm, die Kamera herumbewegen. Und, damit, wenn ihr das festhält, könnt ihr das alles drehen. Ich hoffe, ihr konntet etwas sehen. So, das ist zuerst mal die Standards. Dann haben wir hier einen wunderschönen Stein. Und ihr könnt hier außerdem auch auf diesen Plus drücken. Da gibt es hier auch Steine mit Bedruckungen. Zum Beispiel dieses hier. Oh, das sieht sehr gut aus. Oder auch dieses hier. Genau. Aber die interessieren uns jetzt nicht. Und, äh, was, ja, jetzt, wie soll man die jetzt wegmachen? Ganz einfach, man klickt darauf, drückt einfach auf löschen, also, und auch, ach so, außerdem, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf dieses Plus gedrückt habt und wieder zurück wollt, dann könnt ihr einfach darauf drücken und ihr seid zurück. Doch, ähm, wir wählen jetzt eine Minifigur aus. Und, ähm, ihr könnt entweder hier bei Minifigures gehen. Hier gibt es, ähm, zuerst mal ein paar, eigentlich sehr wenige Teile. Aber hier gibt es, äh, ich sag mal, Unterteilungen oder Ordner. Und, äh, hier seht ihr auch Heads, Upper Parts, Arms, Lower Parts und Big Figures. Aber, ähm, das sind jetzt, also, ich nehme einfach mal Lower Parts. Und hier seht ihr eine Menge Beine. Und hier geht's wirklich alles. Also, mit alles, ähm, meine ich, hier ist alles aufgelistet. Also, das meiste. Ähm, so das Grobe. Wenn ihr aber wirklich ein Teil suchen wollt, könnt ihr einfach hier etwas eingeben. Ähm, aber ich weiß nicht, wie die, wie Teile heißen. Und deswegen, ich weiß nicht, ähm, ich kann zum Beispiel Red eingeben. Dann seht ihr, kommen verschiedene Teile. Aber wir bauen jetzt einfach mal eine Minifigur zusammen. Und zwar, ihr habt hier jetzt Minifigur Lower Parts. Also, die unteren Teile. Äh, ich sag mal, ich nehme eins von Ghostbusters. Ähm, also, ich weiß nicht, ob das genau von Ghostbusters ist. Aber ist doch egal. Ah, ja, das ist von Ghostbusters. Ähm, ja genau. Dann können wir hier noch beim Minifigur Upper Parts noch, ähm, das andere wählen. Ich nehme mal eins von Minecraft. Dann können wir hier... So, hier habt ihr jetzt ein Torso. Jo. Dann könnt ihr auch noch einen Kopf natürlich wählen. So, ähm. Ach so, wenn ihr etwas wählt, dann ist es einfacher, wenn ihr jetzt auf diesen Punkt hier draufklickt. Und dann hier zum Beispiel bei Heads. Ich nehme einfach Agents. Ähm, wählt ihr einfach so einen Kopf. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel euch jetzt verklickt und hier drauf drückt, dann seht ihr, kommt der Kopf da. Man kann das auch natürlich auch so machen. Also, ja. Aber das sieht lustig aus. Ähm, also, ihr habt hier wirklich sehr, sehr viele Dinge, was ihr machen könnt. Ja genau, das hier ist jetzt unsere Minifigur. Das ist der Lego Magazine 3. 2 wurde leider ausgelassen. Ähm. Ja genau. Dann, äh. Dann kann ich euch noch zeigen, was für Farben es so gibt. Oder wie ihr die Farben verändern könnt. Ähm. Ich nehme mal das Torso. Wenn ihr jetzt einfach drauf drückt, ähm, dann seht ihr, hat es dieses Teil mitgenommen. Aber wenn ihr jetzt den ganzen Torso irgendwie ändern wollt, dann geht's hier, ähm, auch wieder Auflistungen. Und, ah genau. Hier geht's, äh, wenn ihr jetzt etwas Größeres baut, dann habt ihr hier eine Menge, ähm, Auflistungen. Aber, ähm, wenn ihr euch das merken könnt, dann, ja, ist es gut. Ansonsten, ähm, könnt ihr einfach hier draufklicken, nachher seht ihr, was was ist. Aber wir nehmen jetzt mal das Torso. Und, ihr könnt hier zum Beispiel die Farben verändern. Genau. Aber sagen wir mal, ihr wollt nur dieses Teil hier verändern. Dann, also, ja, ich sag mal, den Bauch. Dann könnt ihr einfach draufklicken und die Farbe verändern. Genau, wer hat das gedacht? Aber hier gibt's noch mehr Farben unter, also eine Menge. Es gibt zum Beispiel Gipfel, gefleckt. Keine Ahnung, was das sein soll, ähm, das ist auf jeden Fall gefleckt. Es gibt Gummi. Oh, da hab ich jetzt die Hand ausgewählt. Ist jetzt egal. Ähm, dann nehm ich mal die andere Hand. Transparent. Ähm, ich mach mal so. Dann diesen Arm. Glitzer. Ja. Dann diesen Arm. Ich hab keine Ahnung, was Opal ist. Aber es scheint auch durchsichtig zu sein. Ich nehm mal so ein graues. Sieht sehr interessant aus. Dann den Kopf machen wir milchig. Milchig. Ja, oh, okay, das sieht ein bisschen ekliger aus, aber... Na ja, dann nehmen wir dieses Teil. Das machen wir per Glanz in Gold. Dieses Teil. Bei solchen Teilen, die dual moldet sind, ist es sehr, sehr speziell. Wenn ihr hier jetzt drauf klickt, habt ihr hier jetzt zwei Sachen. Ihr könnt hier jetzt das machen, aber... Dann verändert sich nur das obere Teil von dem Bein. Ihr könnt hier auf das hier drücken, dann habt ihr zwei Haken. Dann wird beides ausgewählt. Oder ihr könnt hier das auslassen und dann wird nur das untere gewählt. Ja, genau. Dann können wir hier noch auf Metall. Das machen wir silbrig. Und seine oder ihre Füße machen wir goldig. Und hier zu guter Letzt das obere Teil. Das ist Chrom. Chrom ist immer cool. Genau. Ja, diese Figur sieht zwar ziemlich hässlich aus, aber... Das ist jetzt auch nur ein Test. Also. Genau. Jetzt habt ihr hier diese Minifigur und... Jetzt könnt ihr eigentlich damit nichts machen. Bis jetzt. Ähm... Ihr habt hier sehr viele Sachen. Zu einmal das. Mosaik. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ähm... Ich mache das nie an. Ähm... Dann habt ihr hier noch Lampen. Und ähm... Da könnt ihr natürlich... Ja, irgendeine... Vielleicht eine Sonne machen. Und die gibt dann Licht. Also klar, jetzt passiert noch nichts. Aber... Wenn wir das dann rendern, dann sieht man schon einen Unterschied. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Also die Lichter, ähm... Nur wenn ihr jetzt irgendetwas krasses machen möchtet. Aber ja. Eigentlich brauchen wir das nicht. So. Dann, äh... Das hier. Ähm... Ich habe auch keine Ahnung, was das sein soll. Das benütze ich eigentlich nie. Jo. Dann haben wir hier... Äh... Das benütze ich auch nicht. Keine Ahnung, was das sein soll. Aber was ich weiß... Zuerst mal... Das hier... Ist sehr, sehr unnötig. Da können wir die Teile verschwinden lassen. Oder... Zurückholen. Genau. Das ist jetzt das Kopfteil. Verschwinden. Zurückholen. Genau. Aber das... Das benütze ich eigentlich auch nie. Auf jeden Fall, ähm... Könnt ihr hier jetzt eine Kamera sehen. Darauf drücken wir. Und hier ist die Kamera. Ähm... Und diese Kamera schaut jetzt in diese Richtung. Und das ist, was die Kamera sieht. Das sieht jetzt noch nicht beeindruckend aus. Jo. Ähm... Was ihr hier jetzt machen könnt. Ihr könnt die Kamera so schieben. Indem ihr die Pfeile, ähm... Drückt. Was da... Oh. Oder ihr könnt auch einfach diesen Punkt nehmen. Und die Kamera auch einfach so herumschieben. Aber jetzt haben wir ein Problem. Die Kamera ist noch immer... Also, die schaut noch immer, ähm... In die falsche Richtung. Jetzt aber, ähm... Sind wir hier. Ganz rechts. Haben wir auch ein Bedienfeld. Und hier seht ihr Objekt. Ähm... Das ist jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall geht ihr hier zum Beispiel bei Transformieren. Und dafür, ähm... Könnt... Hier könnt ihr jetzt eine Menge Sachen einstellen. Aber, ähm... Das ist... Auch, äh... Wieder so eine Sache, die... Wenn ihr jetzt ein Profi für dieses Programm sein möchtet. Dann könnt ihr das studieren. Aber ansonsten ist das nicht so wichtig. Ja, genau. Und sonst könnt ihr hier noch, äh... Bei Bewegen gehen. Das benutze ich am meisten. Hier seht ihr Übertragung. Und, ähm... Übertragung ist das gleiche wie hier. Die Lage. Ich nehme mal X. Genau wie hier X. Und gebe mal 15 ein. Jetzt ist die ein bisschen hier hingekommen. Wenn wir jetzt bei Transformieren gehen. Aha. Hier bei X ist auch 15. Da können wir jetzt auch zum Beispiel 0 eingeben. Und zack. Schon ist die so. Und dann, ähm... Gibt es hier auch noch Rotation. Das zeige ich gleich. Also auf jeden Fall. Das könnt ihr auch, ähm... Ähm... Sehr, sehr variieren. Ich mach mal so. Aber was ihr auch machen könnt. Ihr könnt Minus und dann eine Zahl eingeben. Dann geht's auch in die andere Richtung. Genau. So, jetzt gehen wir mal bei Rotation. Und Rotation, ähm... Ist ja... Ein Synonym für, ähm... Drehen. Ja. Ähm... Ihr könnt hier auch etwas eingeben, ähm... Aber für mich ist es hier... Also für die Anfänger von euch, ähm... Ist es hier einfach, wenn ihr hier das macht bei Bewegen. Wenn ihr da schon ein bisschen fortgeschrittener seid, könnt ihr es auch hier machen. Aber ich zeige euch, wie das jetzt hier geht. Ihr wählt jetzt eine Formel aus. Und weil ich das jetzt schon länger mache, weiss ich, was da so passiert. Bei X, wenn ihr hier jetzt 10 ein gebt, neigt es, ähm... Nach oben oder nach unten. Hier könnt ihr auch jetzt Minus 20 eingeben. Und jetzt ist es so. Wenn wir hier wieder mal 10 eingeben, ist das wieder normal. Ich gebe mal 4 ein. Genau. Und dann bei Z, ich gebe mal 30 ein. Ja, hat sich die Kamera ein bisschen gedreht. Und, ähm... Wenn jetzt bei Y geht, dann dreht sie sich, ähm... Ja, im Kreis herum. Und da könnt ihr jetzt 180 eingeben. Und zack, schon, ähm... Sieht man die Figur. Ich kann das jetzt auch ein bisschen so machen. Und, äh... Die Kamera ist sonst noch ein bisschen nach unten neigen. So. Ja, das... Oder man sieht die Füße nicht. Ähm... Das muss ich ein bisschen korrigieren. Vielleicht so. Ihr könnt ja außerdem auch Kummerzahne eingeben. Also so etwas. Genau. Das sieht hier einfach nur ein bisschen komischer aus. Aber, ähm... Ja, hier habt ihr jetzt eure Figur. Ähm... Und dann könnt ihr natürlich auch die Figur positionieren. Zum Beispiel, äh... Könnt ihr hier jetzt diesen Arm nehmen. Und ihr habt jetzt zwei Punkte. Wenn ihr das hier nehmt... Oh, das war jetzt ein bisschen blöd. Äh... Wenn ihr das hier nehmt und jetzt bei Bewegen auch... Ich... 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 Ich gebe mal 15 ein. Dann... Ihr nehmt es diesen Punkt als Mittelpunkt. Und das dreht sich um die Achse. Genau. Aber das wollen wir nicht. Sondern, ähm... Das hier sollte sich bewegen. Ähm... Ich gebe hier mal 17 ein. Dann... Genau. Bewegt sich das. Wunderbar. Aber die... Die Hand bleibt hier stecken. Ja, das ist ein bisschen blöd. Was wir hier dann machen könnten. Ähm... Hier gibt es zwei Lösungen. Zum ersten Mal gehen wir hier... Ähm... Auf die Maus. Dann geht es hier auch mehrere... Sachen. Also ihr könnt hier auch, ähm... Herum experimentieren. Aber, ähm... Wenn ihr jetzt mehrere Sachen... Nehmen wollt. Dann drückt ihr auch auf mehrere. Und drückt darauf. Jetzt könnt ihr hier zum Beispiel... Ähm... Ich sage mal minus 35. Und... Beides... Ja genau. Beides, ähm... Bewegen sich. Und beide sind auch... Miteinander vereint. Aber wenn ihr jetzt das hier machen möchtet. Zum Beispiel 7. Und dann gemerkt habt. Oh, ich habe das nicht verbunden. Und ihr dann hier auch 7 eingebt. Dann... Klappt es nicht. Ihr müsst die immer verbinden. Sonst, ähm... Genau. Gehen sie auseinander. Ähm... Und wenn ihr außerdem noch irgendein Teil nehmt. Könnt ihr hier noch... Es gibt einfach sehr viele Einstellungen. Aber was hier noch, äh... Ja, wichtig ist. Also, löschen. Das könnt ihr auch mit der Taste machen. Oder auch kopieren. Zack. Aber... Ja genau. Das ist jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall, ähm... Haben wir diesen Arm hier jetzt ein bisschen bewegt. Und jetzt noch einen anderen Trick. Ihr könnt nämlich diesen Arm hier nehmen und Ctrl drücken. Dann noch, ja... Die Hände. Und dann könnt ihr auch hier... Ich sag mal... 7. Und dann bei Y. Könnt ihr hier noch eine andere Zahl nehmen. Ich mach mal 20. Und die bewegt sich jetzt in die andere Richtung. Ähm... Ja, ich... Ich glaube ich mach die mal so. Genau. Ja, das sieht schon relativ gut aus. Dann können wir auch bei Z etwas machen. Ähm... Und hier dreht sich der Arm. Ein bisschen seltsamer, oder? Aber ist auch okay. Äh... Wenn ihr aber jetzt noch die Hände bewegen wollt, dann könnt ihr entweder das hier klicken. Jetzt gebe ich mal... Ich gebe mal 70... 70 ein oder 77. Aber... Hier ist wieder auch das Problem. Ähm... Hier ist das hier die Mitte. Und ihr müsst, äh... Eigentlich das hier nehmen. Weil das... Ähm... Genau, das sollte sich eigentlich drehen. Also hier könnt ihr jetzt... Ähm... 55 zum Beispiel eingeben. Und... Das dreht sich. Genau. Ähm... Den Kopf können wir auch ein bisschen noch drehen. Ähm... Ich sag... Ja... Damit er ein bisschen, äh... Ich sag mal... Ein bisschen kreativer wirkt. Auch ein bisschen, ähm... In die Seiten neigen. Und dann können wir auch zum Beispiel, äh... Das hier machen. Ähm... Ähm... Ja, genau, ungefähr so. Jetzt ist der Kopf ein bisschen, ähm... Loser geworden. Und... Ähm... Der hat hier jetzt auch ein bisschen cooleren Effekt. Also klar, das hier hinten, ähm... Sieht nicht so schön aus. Aber das ist jetzt auch nicht so wichtig, weil man das sowieso nicht sieht. Und dann könnt ihr zum Beispiel auch den Körper bewegen. Dafür müsst ihr einfach alles auswählen. Ähm... Ähm... Ja... Ich mach mal so. Oder... Äh... So ist es auch gut. Oh, ähm... Tja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Aber hier könnt ihr auch die Beine ein bisschen bewegen. Oder... Hm. Ah, doch. Ihr könnt einfach die Beine bewegen. So ist es auch okay, würde ich mal sagen. Ähm... Also die Beine könnt ihr auch überall bewegen. Ja. Ich glaube ich, ähm... Also ich nehme jetzt schon eine halbe Stunde lang auf. Ähm... Ich hoffe ihr konntet hier ein bisschen was lernen. Ähm... Aber jetzt, wie rendert man das? Ähm... Ah, zuerst mal gehen wir ihm noch hier ein Gegenstand in die Hand. Ähm... Ich mache mal... Ah... Was soll es sein? Ja, so eine... Ich gebe ihm mal Iron... Iron Man in die Hand. Ja. 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 Ein bisschen drehen. Nee, nee, ist nicht gut. Ah, genau. So ist es perfekt. Ja. Dann geht ihr hier jetzt, ähm... Hier drauf und drückt auf 3D Rendering. Und, oh, das sieht schon ein bisschen besser aus. Und dann, ähm... Hier gibt es auch eine Menge Einstellungen. Aber, das Wichtige ist, ihr drückt hier auf Camera View und das sieht die Kamera. Jetzt könnt ihr natürlich, ihr könnt jetzt zum Beispiel einen Boden machen. Ähm... Was ich aber nie benutze. Ähm... Ja. Aber ihr könnt hier zum Beispiel einen Hintergrund benutzen. Und zwar entweder ein Bild oder auch eine Farbe. Ähm... Machen wir mal dieses Blau. Natürlich müsst ihr das jetzt auch noch anmachen. Aber, ähm... Wenn ihr dieses Bild jetzt aufschneiden möchtet, ist es nicht so optional, wenn diese Arme hier auch blau sind. Also nehmen wir jetzt eine andere Farbe. Ähm... Ähm... Ja, vielleicht so, so ein Blau. Genau. Dann könnt ihr hier auch noch, ähm, die Beleuchtung ändern. Dann sieht die Figur deutlich anders aus. Also... Ihr seht hier, die Figur sieht halt viel realistischer aus. Auch hier... Ähm... So sieht sie aus, als wäre sie in einem Zimmer. Aber ihr könnt natürlich auch so ein Fotostudio nehmen. Und dann sieht die Figur ein bisschen mehr computeranimiert aus. Oder auch so etwas. Oh... Und da könnt ihr natürlich auch die Lichtstärke ändern. Ähm... Ähm... Bis... Ah... Ja... Bis es rot wird. Also ist nicht wichtig, aber ihr könnt es machen. Und dann habt ihr hier ein Bild. Und jetzt solltet ihr das eigentlich rendern können. Wenn es gehen würde. Genau, ähm... Das Ding ist halt... Manchmal funktioniert diese Webseite einfach. Und, äh... Ich weiß nicht warum, aber irgendwann... Möchte diese Webseite einfach nicht zu ändern. Also genauso wie jetzt, ähm... Es rendert jetzt einfach nicht. Aber diese Balken sollte eigentlich genauso wie dieses Grau hier aussehen. Aber ja... Ähm... Es ist... Es ist jetzt einfach nicht Grau. Ja, genau. Aber ansonsten, wenn ihr das jetzt speichern möchtet. Und das nächste Mal weiterarbeiten. Weil dieser Teil schon sehr lange geht. Geht ihr einfach auf Datei. Ähm... Speichern. Könnt natürlich auch auf Speichern alles drücken. Aber ist jetzt nicht wichtig. Dann, ähm... Zum Beispiel... Könnt ihr hier... Was heisst ich, ähm... Ich mach mal... Test... Mensch... Eingeben. Genau. Speichert es. Das dauert immer ein bisschen. Ja, ihr seht hier ist auch... Ähm... Ich möchte ein bisschen... Ah, okay. Jetzt hat es geklappt. Super. Ähm... Ja, ich hab gerade auszusehen die Aufnahme beendet. Aber ich mach jetzt einfach mal weiter. Ähm... Ja, wenn ihr das jetzt alles gespeichert habt. Könnt ihr jetzt, ähm... Einfach auf Sammlungen drücken. So. Und, äh... Und, äh... Ihr könnt jetzt auf euren Account gehen. Und hier habt ihr dann sehr, sehr viele Dinge, also was ich schon gemacht habe. Ähm... Genau. Vielleicht erkennt ihr ja auch ein paar Sachen wieder. Ja. Ja. Und jetzt suchen wir... Ah... Hier ist es. Ähm... Auf jeden Fall haben wir das jetzt abgespeichert. Das ist perfekt. Das nächste Mal, wenn ihr das jetzt benutzen möchtet, geht ihr wieder auf Werkstatt. Wartet die... Ihr wartet, bis ihr das endlich geladen habt. Ah, okay. Mach mal, dauert das länger. Ähm... Hier könnt ihr jetzt auf Datei... Ähm... Datei Import. Von Mechabricks. Importieren. Jetzt sucht ihr wieder, ähm... Euren... Oder eure Figur, oder was ihr auch immer gebaut habt, aus. Und... Da habt ihr's. Genau. Mal schauen, ob, ähm, um das Rendering jetzt geht. Ne, natürlich nicht. Äh... Ich weiss ja auch nicht, was hier mit Offline gemeint ist. Ähm... Ähm... Aber na gut. Dann probiert es halt mal ein anderes Mal. Also es geht Tage, wo Mechabricks wirklich nicht funktioniert. Also es einfach nicht rendern will. Ähm... Ähm... Ja. Aber ich möchte hier jetzt noch etwas zeigen. Und zwar... Geht ihr hier jetzt auf... Ähm... Achso. Okay. Wir sind jetzt bei Sammlung. Jetzt können wir einfach irgendetwas eingeben. Ähm... Ich gebe hier mal Yoda ein. Ist jetzt einfach ein Test. Und ihr habt jetzt verschiedene Dinge. Okay. Ähm... Und ich wähle mal... Oh, was wähle ich aus? Ich wähle einfach mal... Ähm... Jodas Hütte aus. Und hier jetzt... Hier seht ihr jetzt auch ähm... Dieser... Ja... Creator hat das jetzt gemacht. Ähm... Hier sind weitere... Modelle. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so wichtig. Ähm... Ah, genau. Hier ist es. Also manchmal braucht es wirklich lange, bis es ähm... geladen ist. Vor allem bei grösseren Dingen. Also vielleicht bei grösseren Mox oder... Bei solchen Sets zum Beispiel. Ähm... Ja, genau. Hier habt ihr jetzt Jodas Hütte. Und ihr könnt hier zum Beispiel bei Renderings drücken. Bis jetzt hat dieser Typ keine Renderings gemacht. Aber ihr könnt hier auch auf Editor drücken. Also Editor ist leider nicht bei jedem Sets, ähm... Oder Modellen drin. Aber hier seht ihr jetzt... Genau. Hier habt ihr jetzt alles schön aufgebaut. Ähm... Es geht jetzt zum Beispiel einige Teile, die leider nicht in Mecha Bricks drin sind. Drin sind, ähm... Zum Beispiel Jodas Kopf. Das ist jetzt einfach von Clone Wars. Oder auch... Luke's Torso. Ähm... Was bisschen schade ist, aber... Na gut. Es kommen trotzdem jeden Monat oder... Ich weiß nicht. Irgendwann mal, ähm... Im Jahr kommen immer neue Teile dazu. Was auch gut ist. Ähm... Ja, dann habt ihr hier ein Set. Und da könnt ihr jetzt auch machen... Machen, was ihr wollt. Zum Beispiel könnt ihr hier ein... Metallfarbenes... Stein hier. Einfach hier hin tun. Ähm... Und... Ähm... Auch zum Beispiel Animals. Ich nehme mal... Ich nehme mal... Ich nehme mal ein Pinguin. Ein Pinguin kann hier zum Beispiel in Jodas Hütte stehen. Warum denn nicht? Ähm... Vielleicht geht jetzt das Rendering... Mal schauen... Ist jetzt nicht egal, was zu sehen. Oh... Oh... Das ist ein bisschen... Blöd... Ja... Die Kamera... Ist jetzt ein bisschen... Ähm... In die falsche Richtung. Und die schaut in die falsche Richtung. Das können wir... Auch korrigieren. Mal schauen, ob jetzt das Rendering geht. Ne... Das Rendering geht auch nicht. Aber das habt... Das habe ich jetzt euch schon mal gezeigt. Ähm... Das mit dem Hintergrund und so weiter. Genau. So, also das nehme ich jetzt ein bisschen später auf. Aber auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, hier oben steht online. Also geht das Rendern. Und da rendern wir es mal. Das dauert immer einen Moment. So... Jetzt sieht man schon, ähm... Einen Teil. Ja... Hier kommt mehr. Und jetzt ist es fertig. Also immer, ähm... Wenn links hier finished steht, ist das Modell fertig. Und jetzt, was ihr machen könnt, ihr könnt davon jetzt ein Screenshot machen. Und dann das Bild ausschneiden. So, ein Screenshot. Herunterladen. Und dann ausschneiden. Wenn ihr aber nicht wisst, wie man das macht, dann zeige ich das jetzt kurz. Also, ähm... Ihr müsst hier jetzt rechtsklick drücken. Und dann auf Bildschirmfoto. Und ja, so könnt ihr ein Screenshot machen. Und wenn ihr das nicht habt, dann müsst ihr Snipping Tool öffnen. Und dann das so, ja, ausschneiden. Wenn ihr aber keins von beiden habt, dann, ähm... Macht ihr irgendwie anders einen Screenshot. Also, ähm... Bestimmt gibt da... Bestimmt gibt es hier auch andere Optionen. Und das Ausschneiden geht eigentlich mit, ja... Sehr vielen Programmen. Aber für die einfachste Möglichkeit könnt ihr einfach dieses Video hier anschauen. Und hier zeige ich euch, wie das geht. So, das war jetzt ein bisschen längeres Video. Auf jeden Fall, ähm... Hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Und bald ein schönes neues Jahr. Macht's gut. Und ciao.